Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem großen weißen dreitürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Kontakt fire ich mich darauf leitzend. Bis zum nächsten Mal. rouως coisa Es gibt viele andere steamed дороги im probable Michigan Allgemeine